Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Alleine. Hoffnung und Angst. Ich bin derjenige. Ich bin derjenige, der sich der Menschen verletzt hat. Trauer, Ohnmacht und Gewalt. Dunkelheit, Tränen, Waisen, Kinder, Frauen, Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ungefähr vier Jahren ohne meine Familie war ich alleine mit anderen jazidischen Flüchtlingen und alles Jugendliche ist sehr schwer alleine zu leben, wenn man minderjährig ist und wir waren in einem Geflüchtetenheim. Wir waren viele Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, so sechs, sieben Flüchtlinge in einem Zimmer, das war auch ein bisschen schwierig von uns, wir kannten uns nicht, wir hatten verschiedene Sprachen, Religionen, wir haben zu uns gestritten, wir waren jaziden, wir waren muslim, wir dachten, die sind genau wie die anderen, ja. Und wir hatten natürlich auch Heimweh und unsere Familien vermisst. Danach habe ich Familiennachzug gemacht und meine Familie ist auch nach Deutschland gekommen und dann haben wir zusammen gewohnt bis jetzt. Ich lebe bei meiner Familie und jetzt läuft alles gut in meinem Leben, auch mit meiner Familie geht es gut. Dieser Genozid hat in den Jugendlichen ein Feuer erweckt. Die wollten einfach helfen, nur noch helfen und nichts anderes. Und dann habe ich mich dann zusammengesetzt mit guten Freunden und da haben wir überlegt, was können wir machen. Dann haben wir eine Spendenhalle, haben wir organisieren können, durch Mithilfe natürlich, haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gemeinsam Pakete angenommen, ausgepackt. Es war sehr viel Arbeit, aber notwendig. Und wir waren zu Beginn fünf Leute und irgendwann waren wir zum Teil 40, 50 Leute pro Tag. Und das Ganze ging drei bis vier Monate permanent. Ja, und die Jugendlichen sind auch wirklich aufgegangen. Es gab Jugendliche, die sich in einigen Rollen wiedergefunden haben, von denen sie sich gar nicht eingeschätzt hatten. Also, was ich dann sagen möchte, was daraus passieren kann, wenn man wirklich zusammenhält. Und dieser Zusammenhalt wurde halt dadurch geboren, weil die Leute wirklich auch helfen wollten, dass die in der Seele gebrannt haben. Auch Leute, die hier geboren sind, die im Grunde wenig mit der Religion und der Kultur am Hut hatten, waren plötzlich dort und wollten helfen. Das war wirklich, das hat Menschen verändert diese Zeit. Und was wünschst du dir jetzt für die Zukunft? Für mich persönlich, dass ich nach meinem Facharbe studiere und mein Studium auch hinter mir habe und eine schöne, gute Zukunft auch habe. Und natürlich auch für unsere Jugendliche, dass die auch dasselbe machen und die auch glücklich leben können, ohne Angst zu haben, dass man hier auch irgendwie verletzt wird und ungerecht behandelt wird, so wie in unserem Land. Und wieder irgendwann flüchten müssen. Ich wünsche mir nur, dass den Menschen geholfen wird, wo es geht, dass die sich verlassen können darauf, dass sie auch geschützt werden. Aber aktuell ist es ja nicht absehbar. Da wünsche ich mir das für mich, dass ich auch die Sicherheit dort erkenne und sage, okay, die Menschen können Frieden leben. Ich wünsche mir das für mich. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hab noch nicht mehr, wenn ich mir ein paar Fragen zu geben. Daher kommen wir uns. Ich bin an der LINKEN. Ich bin an der LINKEN. Ich bin an der LINKEN und ich bin an der LINKEN. Ich bin mit dem die Garten und ich bin an der LINKEN. Ich bin an der LINKEN. Einander, der sich so stark und wie tanft, der sich für die Ausbildung und die Ausbildung in der Schule gibt. Ich hab schon gesagt, dass meine Hunde dazu beantwortet. Denn ich habe keine Ahnung. Ich habe meine Hunde ver geolten. Ich habe eine Hunde die Hunde in der Schule und ich werde das Gefühl. Wir haben immer noch Angst um unsere Geschwister, die dort sind, unsere Frauen, die gefangen sind. Das ist auch für uns sehr schwierig und das tut weh, wenn wir uns daran erinnern, dass unsere Frauen vergewaltigt und versklavet wurden und immer noch vor 10 Dollar in muslimischen Ländern verkauft sind oder immer noch. Ja, mein Name ist Elias Janssch, ich bin der erste Vorsitzende der Gemeinde und bin ungefähr seit 2000 in diesem Verein ehrenamtlich aktiv in verschiedensten Funktionen. Als am 03.08.2014 der Völkermord an den Jesiden begonnen hat, war es so, dass wir tatsächlich als jesidisches Forum, aber auch als Zentralrat der Jesiden halt auf ehrenamtlichen Strukturen aufgebaut waren. Und da galt es tatsächlich in den ersten Stunden und Minuten sofort eine Taskforce zu gründen, die sich stark damit auseinandersetzt, um die Politik zu mobilisieren, um Gespräche zu führen, aber auch um die Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben. Und das war natürlich eine enorme Herausforderung in den ersten Tagen. Und das Thema des Völkermordes begleitet uns natürlich tagtäglich auch in der Vereinsarbeit, weil viele Jesiden aus Schingern mittlerweile auch hier in Oldenburg angekommen sind, wo wir halt bei der Verwurzelung, bei der Integration, beim Ankommen unterstützen und ihre vielfältigen Sorgen und Anliegen auch bearbeiten. Und da ist uns das Thema der Kinder- und Jugendarbeit ein ganz wichtiges Thema, aber auch der Bildungsarbeit. Aber dass die Gemeinde auch die innere Integration untereinander betreibt, also dass wir nicht lose Gruppen haben, sondern die Jesiden als homogene Gruppe sich hier weiterhin verorten können. Das ist uns wichtig. Ja, der Genozid hat zwar im Irak stattgefunden, aber der Genozid hat insgesamt auch natürlich ganz viel mit den Jesiden hier in Deutschland gemacht. Viele haben Familienangehörige dort gehabt, die geflüchtet sind, die exekutiert worden sind und haben dann irgendeinen Weg versucht, auf diesen Genozid aufmerksam zu machen und haben sich natürlich auch hier an das Zentrum in Oldenburg gerichtet und versucht, irgendwas auf die Beine zu stellen. Die Menschen hier waren wirklich sehr hilflos, weil weder die deutschen Medien in den ersten Tagen darüber berichtet haben, noch irgendwelche Demonstrationen oder dergleichen irgendwie stattgefunden haben in den ersten Tagen. Das haben die Jesiden hier in Deutschland wirklich selbst mit quasi aufgebaut und durchgeführt. Und wir haben dann als Verein Sachspenden gesammelt und auch Kooperationen mit anderen Institutionen geführt, wo man Aufklärungsarbeit auch geleistet hat über diesen Genozid und letztlich dann versucht, das Beste eigentlich aus dieser schrecklichen Situation zu machen, natürlich das, was uns an Möglichkeiten auch gegeben war in dem Moment. Wir konnten durch die Sachspenden mehrere Transporter in den Irak bringen. Da ist vor allem die Jugend wirklich auf die Beine gekommen und hat das einfach zustande gebracht, weil ohne dieses Engagement der Jugendlichen, die ja wirklich nächtelang auch in diesen Hallen waren und die Sachspenden dann auch gemacht haben, das alles nicht ermöglicht wäre. Und viele sind diesem Verein auch sehr gut zugewandt, haben mittlerweile auch wirklich ihre zweite Heimat hier in Deutschland gefunden, sind hier angekommen und sehr gut integriert. Und das können wir wirklich aus unseren Erfahrungen aus der Arbeit einfach mittlerweile sagen, dass wir insgesamt seit den letzten Jahren eine positive Bilanz der Menschen hier, die neu zugewandert sind, ziehen können. Viele sind wirtschaftlich unabhängig, gehen ihrer Bildung nach, fangen ein neues Studium an, orientieren sich in der Berufswelt vielleicht auch neu. Und das zeigt auch einfach auch diese Einbürgerungsanträge, die gestellt werden, vor allem hier in Oldenburg. Und das finden wir einfach sehr, sehr schön und wir möchten diesen Prozess der Integration auch weiterhin begleiten und unterstützen. Ja, ferner bleibt die Situation der Jesiden im Irak natürlich immer noch sehr, sehr schwierig. Es ist ein angehender Genozid. Das heißt, auch wenn Daesh jetzt besiegt ist, heißt es nicht, dass der Genozid vorbei ist. Das hat viele Konsequenzen mit sich gebracht. Wir haben immer noch viele junge Frauen, die immer noch gefangen sind. Wir haben viele Jesidinnen und Jesiden, die immer noch in den Camps leben und die keinerlei Perspektive für sich finden. Und da bedarf es einfach, dass Entwicklungshilfe genau da stattfindet, wo es auch wirklich gebraucht wird, dass Jesiden Sicherheit bekommen, um in ihre Herkunftsregionen auch wieder zurückzukehren. Und ohne Schutz und Sicherheit ist das einfach nicht möglich. Und es ist wichtig, den Jesidinnen und Jesiden eine Perspektive in dem Moment zu geben. Fast acht Jahre nach dem Genozid immer noch in den Camps zu leben, ist sehr, sehr schwierig. Wir haben Kinder, die natürlich ihrer Bildung nicht nachgehen können. Wir haben junge Frauen, die schwer traumatisiert sind, auch dahingehend weiterhin Projekte aufzubauen und Unterstützung anzubieten. Das ist, glaube ich, ganz viel, was momentan gebraucht wird. Und den Jesiden einfach grundsätzlich eine Perspektive schaffen. Für Deutschland wünschen wir uns natürlich, dass die Petition, die gestartet worden ist zur Anerkennung des Genozids an die Jesidinnen und Jesiden, auch vom Deutschen Bundestag anerkannt wird. Dass Jesiden hier auch weiterhin in Deutschland eine Heimat finden, ankommen. Und ja, auch all die Chancen hier natürlich und Möglichkeiten, die sie vielleicht in den Herkunftsregionen gar nicht haben, auch weiterhin nutzen. Und wir als Verein stehen da in diesem Prozess weiterhin natürlich auch beiseite. Auch wir als GfBV haben natürlich 2014 mit Schrecken sehen müssen, was im Irak passiert. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Genozid andauernd ist. Viele Jesidinnen sind immer noch verschollen. Sie wissen nicht, wo sie sind. Und die Situation ist immer noch brandgefährlich im Irak. Das heißt, wir haben verschiedene Sachen, woran wir arbeiten müssen. Auf der einen Seite müssen die Jes-TäterInnen verurteilt werden, auch hier in Deutschland. Wir brauchen ein Sonderkontingent, damit JesidInnen in Sicherheit sein können. Aber wir müssen auch bei der Traumabewältigung helfen. Wir müssen ein gemeinsames Zusammenleben ermöglichen, wo JesidInnen als Personen gesehen werden, als Individuen und nicht nur als ihre Traumata. joke, ist mir palace sein sehr gut. Das heißt, es gibt einem temple Schrecken. Vielen Dank. Vielen Dank.